kurze info für alle die es noch nicht mitbekommen haben ich habe auf meinem community tab eine abstimmung gepostet da geht es um das 100 abonnenten special ich weiß es noch eine weile hin aber die abstimmung wird vermutlich also in paar wochen wird wahrscheinlich immer noch jemand für abstimmen und wie kommt ihr dahin ist jetzt die frage die ihr euch vielleicht stellt ihr geht auf meinen kanal da bin ich jetzt auch schon und geht dann auf community und dann ist hier diese abstimmung und ihr könnt einfach abstimmen indem ihr einmal draufklickt bei mir das jetzt nicht weil es halt von mir gepostet und ich kann nicht für mich selbst abstimmen werden auf jeden fall hier könnt ihr dann abstimmen und kurze info und dann bis zum nächsten video